Hallo, Träume, ich bin's, Dreamplay A-S-M-R. Heute habe ich einen ganz besonderen Trigger für euch. Den habe ich ein paar englischsprachigen A-S-M-Artists gesehen und ich konnte auch nicht wegschauen. Und zwar ist das der Kleber auf dem Mikro-Trigger, also mit super sticky Sounds. Und ich habe sogar eine gesehen, die den Kleber direkt auf dieses pure Mikro aufgetragen hat. Und ich traue mich das nicht ganz, weil ich Angst habe, das Mikro zu ruinieren. Deswegen machen wir jetzt eine Folie drauf und dann geht's los. Ich finde auch, dass diese Folie nochmal so extra dinkly Sounds macht. Oder? Und dazu kommen dann die Sticky Sounds mit diesen bunten Brittstiften, die ich gekauft habe. Und wir werden gleich mal sehen, wie das aussieht, wenn wir die auftragen. Ob die Farbe dann verschwindet oder ob die bleibt. Und wir beginnen mit Pink. Ich bin schon ganz gespannt, wie die Farbe aussieht. Weil da ja glitzernd drin sein soll. Okay. Die Farbe bleibt tatsächlich pink. Nehmen wir noch eine andere Farbe dazu. Ich würde hoffe, es wird's. Hier wurde haltet. Hier kommt es nochays Fчасicle. Ich werde dir- Das war's für heute. Ich habe mich sehr, 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 sehr gut gemacht. Ich finde die Farbkommie sieht richtig schön aus, oder? Und jetzt erfreue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Sticky Finger-Sounds. Okay, nehmen wir eine andere Farbe. Der blaue. Oh, das sieht richtig schön aus. Oh, das sieht richtig aus. Lieber grün oder lieber lila? Ich glaube grün. Oh, das sieht richtig aus. 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 Tada. Oh, das sieht richtig aus. So, jetzt fehlt natürlich noch lila. Und da sind wir ein bisschen experimenteller. Oh, das sieht richtig aus. Oh, das sieht aus. Oh, das sieht aus. Das ist echt erstaunlich, wie intensiv die Farben sind, oder? Und natürlich noch mal pink. Okay. 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 Und Krähen. Und Krähen. Und Krähen. Ja, ein kleines Experiment. Mit Sticky Sounds. Bis bald. Ciao.